Vor das Spielen hat Cagebot das Schrauben gesetzt. Das Baukastensystem erinnert stark an einen klassischen Metallbaukasten. Allerdings sind die Bauteile nicht aus Metall und zum Spielen ist es auch eher weniger gedacht. Die Macher des Cagebot-Systems haben uns ihre Entwicklung vorgeführt. Cagebot eignet sich vor allem zum Bau robuster Roboter und belastbarer Maschinen. Konstruiert wird mithilfe länglicher und gebogener Bausteine aus stabilem Kunststoff, die miteinander verschraubt werden. Die Löcher in den Bausteinen sind kompatibel zu Lego. Zum Leben erwacht die Konstruktion durch verschiedene elektronische Bauteile. Die werden direkt mit einem Controller-Baustein verbunden, dessen Microcontroller durch einen Computer oder ein Tablet gesteuert und programmiert werden kann. Ein Programm kann durch eine Abfolge von Symbolen erzeugt werden. Auf Basis von Sensoreingaben lassen sich Motoren ansteuern. Übertragen wird das Programm per WLAN. So entstehen kleine und große fahrende Roboter, aber auch stationäre Maschinen. Durch die äußerst stabilen Bausteine halten sie einiges aus. Bestellt werden können die Bausätze über den Webshop von Cagebot. Die Auslieferung soll Ende November, Anfang Dezember 2015 beginnen.